Alles klar, sehr was! Ja, dann fühl mich mal ein. Selber wie Trigg ist reserviert, na super. Ähm, was hast du denn du als Händlerin? Waren. Futter... Geschwindigkeitsfutter. Ui. Natürlich teilnehmen, hallo. Ja, zeig' einmal her. Zeig' einmal her. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt habe ich da so viel herum da so oft deppert. Jetzt bin ich aber gespannt, was sich da alles tut. Muss ich irgendwie was zurück tun, oder? Okay. Dann will ich aufhören. Okay, 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 okay. Dann kann's halt nicht mehr so gut, oder was? Ja, dann braucht's wieder halt ein bisschen was. Okay, ja, habe ich schon mal verstanden. Achso, bist du Erschöpfung beschleunigt? Alles klar. Alles klar. Nichts. Alles klar. Schöpfung abbrechen, Abot. Bei der Erschöpfung, abbremsen. Das ist vielleicht ein bisschen, dass es schneller hinweg geht. Wenn die erschöpft, ja, dann... Ja, genau. Das kann nicht sein, dass sie immer im Weg ist. So, ähnliches in der Richtung. Über ein Zauberfeld reiten, okay. Ja, wann kommt denn da ein Zauberfeld? Das ist übrigens das. Ah, da haben wir ja schon mal eins. Geschafft, das ist ja ruhig. Da kommt schon ordentlich ein Sprint zustande. Na, sicher. Äh, springen? Ja, schon. Ah, perfekt. So, das nehmen wir sie auch gleich mit. Achso, da muss ich hüpfen. Alles klar, alles klar. Ah, haha. Nicht schlecht. Ja, dann haben wir es geschafft gehabt. Haben wir es geschafft. Wäre aber geil gewesen, wenn das sogar noch in einer eigenen Mission wäre. Ja, schon was Feines. Ah, da machen wir jetzt auch mal mit, gell? Da machen wir jetzt fix auch mal mit. Sonst gibt es da, glaube ich, eh nichts. Ja, wie sind wir nicht so schon mal... ...nah dran, sagen wir so. Okay, einfach über die Inhaltssuche. Ah, okay. Zufall ist, okay. Ja, Zufallstrecke, ja. Ah, dann... Das stört mich denn überhaupt nicht. Aber das ist oft Zufall. Wenn ich nicht mehr gesagt habe, schauen wir sie da weiter um, was da noch zum Turnen gibt. Zum Spielen und so, alles drum und dran. Weil ich nehme schon noch ein bisschen, das wird jetzt schon dauern, ja. Ich glaube, ich schule die... So stelle ich mir das schon vor, dass wir da jetzt wieder ein bisschen warten müssen. Ich hoffe nur, dass wir bei den anderen Aktivitäten auch nicht unbedingt warten müssen. Okay, ich mache mal die Mission, weil die Mission wird mir als nächstes gezeigt. Alles klar. Natürlich teilnehmen. Als Farce-Kämpfer. Wie wäre das jetzt als Farce-Kämpfer wirklich wichtig? Außer, dass ich dann vielleicht das Jokopaschlag oder irgendwas... Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ich bin mir gerade ein bisschen wie ein Schlägerter. Ein Witz. Das muss jetzt sein, sage ich. Erde 1560, ja, aber heute Nacht. Ei, ei, ei. Let's gooo, bitches. Alter, das Geschrei von dem Viecher, bis der da ist. Lauft. Lauft. Okay. Interessant. Ich glaube, das sind aber keine echten, oder? Ich glaube, das sind keine echten. Irgendwie... Irgendwie... Ja, manche sicher, manche sicher. Aber manche hören sich dann nicht so echt an. Wie? Ich will da jetzt nicht die ganze Zeit auf Erschöpfung oder irgendwas tun. Das geht dann schnell runter. Das hilft man dann eh. Das hilft man dann eh. Das hilft man dann eh. Bei manchen. Ich würde mich freuen, ob es da einen Temposchub oder irgendeine Richtung. Ja, 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 ja. Ja, ich könnte ja auch die ganze Zeit auf so Tempo und so das Ganze... Oh, ey. Oh, ey. Ja, da hätte man wirklich draufflücken müssen. Definitiv. Okay, da schaut schon nach so einer Plattform. Guck, 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 guck. Ja, genau. Da haben wir wenigstens wieder was rausholen können. Ja, die machen die ganze Zeit auf Tempo. Ja, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Die machen die ganze Zeit auf Tempo. Nice. So, wie der Schöpft, wie der Schöpft. Ja, das gönne ich mir jetzt, ja. Ha. Kum, 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 kum. Ja, 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 das war aber wichtig. Hahaha! Zweiter! Nice! Ah, das ist ja noch schön ausgabe. Bärbis, ganz knapp gewesen. Bist du narrisch? Hä? Ach, der kriegt Bonus. Rangestiegen, oh. Aber, oh, das war ganz nett. Also, das wusste ich schon sagen. Also, das war dann auch von, ja, von 6 auf 2 aufgeholt, Harry. Falt das richtig nice. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mir wird das richtig gut gefallen jetzt grad. Richtig gut. Bist narrisch.